Und damit wieder Graphematik, Woche 4. Wir kommen jetzt zur Graphematik zurück, nachdem wir in den letzten beiden Wochen Phonetik und Phonologie Wiederholung hatten. Die Übersicht über das, was wir diese Woche machen. Wir werden zuerst wiederholend über den Kernwortschatz reden. Wir werden das Inventar der Konsonantenzeichen, wir sind also bei der Graphematik, im Kern besprechen. Das hängt zusammen mit dem phonografischen Schreibprinzip, das ergibt sich automatisch aus der Beschreibung des Inventars. Und dann werden wir über Phonologie und Graphematik reden. Zur Erinnerung der Kernwortschatz. Was ist der Kernwortschatz? Das ist im Wesentlichen der Wortschatz, der Teil des Wortschatzes, der die Wörter enthält, für die die weitreichenden, großen, tragenden Generalisierungen gelten. Für Wortklassen, das ist typischerweise die, die mit einer hohen Typenhäufigkeit sind. Das sind also nicht die häufigen Wörter im Sinne einer Tokenhäufigkeit. Zum Beispiel Modalverben kommen sehr oft vor, es gibt aber nur sechs verschiedene davon. Das heißt, die haben eine sehr geringe Typenhäufigkeit, aber trotzdem eine recht hohe Tokenhäufigkeit. Sie gehören nicht zum Kern des Systems. Der Kern enthält auch nicht etwa jetzt nur die Erbwörter. Die meisten Erbwörter sind im Kern, aber aufgrund ihrer morphologischen, phonologischen, syntaktischen Eigenschaften und nicht, weil sie Erbwörter sind. Für den Kernwortschatz können wir nun phonologische, morphologische und so weiter Regularitäten ausmachen, denen eben die Wörter des Kerns folgen. Im Kern der Substantive haben wir zum Beispiel Einsilbler, also einsilbige Stämme, die im Plural dann zweisilbig und trochäisch werden, oder trochäische Stämme, die im Plural trochäisch bleiben. Also sie bleiben zweisilbig. Warum ist nun gerade das so zentral? Also warum ist es so wichtig, hier mit den Substantiven anzufangen? Nun, das ist einfach die größte Wortklasse überhaupt und die Einsilbler und trochäischen Stämme sind innerhalb dieser sehr großen Wortklasse die mit Abstand mächtigste Teilklasse. Ein Missverständnis, in das man hier schnell reingerät, ist, dass Kern und Peripherie klar abgegrenzt seien voneinander. Wir haben vielmehr die Situation, dass je höher die Typenhäufigkeit einer Wortklasse oder einfach einer Klasse von irgendwie definierten Einheiten, dass je höher die Typenhäufigkeit ist, desto näher am Kern oder im Kern sind diese Wörter. Periphere Wörter, also Wörter oder Konstruktionen, die nicht im Kern sind, sind nicht weniger grammatisch. Das sind genauso grammatische Konstruktionen, Einheiten. Sie sind halt nicht so typisch für, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, das Deutsche wie andere. Und damit kommen wir zu den Konsonanten. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Konsonantenzeichen an. Das ist also erstmal relativ einfach und führen ein bisschen Terminologie ein. Hier jetzt ganz konkret die und Trigrafen. Die Grafen, nun, das sind zwei Zeichen, die ein Segment kodieren. Die also zusammengehören, die nicht trennbar sind, grafematisch. So was wie das CH für CH, beziehungsweise CH, das ist ein D-Graph. Die Frage ist jetzt, was ist mit PF? Ja, das schauen wir uns noch an. Trigrafen ist dasselbe mit 3, also so was wie SCH für CH. Und dann haben wir noch so was, das sind nicht wirklich D-Graphen, aber eben in ihrer Distribution seltsam aneinander gebundene Zeichen. So was wie QU steht ja eigentlich für QU, da müssten wir eigentlich KV schreiben, wie im Schwedischen zum Beispiel. Das tun wir nicht, das ist einfach historisch so geworden. Das sind halt in ihrer Distribution sehr seltsam atypisch verteilte Zeichen. Aber eben keine D-Graphen. Damit zum Inventar im Kernwortschatz. Da haben wir dann Unigraphen, also das sind ganz einfache Graphen, Zeichen, die für sich alleine stehen und für sich alleine eine Funktion haben im System. K, G, T, D, P und B. Dann haben wir das Z und dann H, R, J, S, S, Z, F, V, W. Und Sie sehen schon, wie die gruppiert sind. Das erste sind Zeichen, die plosive kodieren. Dann ein Afrikatenzeichen. Und dann hier Zeichen, die typischerweise frikative kodieren. N, M, L kodieren nasale und liquide. Naja, und was ist mit C, Q und X? Die sind eben nicht wirklich im Kern. Wenn Sie sich überlegen, in welchen Wörtern die vorkommen, dann und zwar das Q alleine, ohne das U dahinter. Dann werden Sie feststellen, das sind Lehnwörter, das sind Wörter, die auch phonetisch und morphologisch nicht völlig integriert sind. An Digraphen haben wir hier N, G, C, H und P, F. Die kodieren irgendwie N, H, J und P. Und wie ist es jetzt mit Q? Das habe ich eben schon angedeutet. Das ist nicht wirklich ein Digraph. Trigraphen und Tetragraphen sogar. Je nachdem, was wir zum Kern zählen, haben wir S, C, H, Trigraph und T, S, C, H. In so Wörtern wie Matsch ist dann wahrscheinlich ein Tetragraph, wenn Tch eine Afrikate ist. Schließlich haben wir dann noch C, H, S, wie ein Wachs. Da müsste man vielleicht gesondert drüber reden, weil das C, H an dieser Stelle irgendetwas anderes kodiert als sonst. Ansonsten ist das der sogenannte Ich-Ach-Laut und hier eigentlich ein K. Das könnten wir uns im Detail anschauen. Das sind aber einfach auch Unregelmäßigkeiten, die uns hier nicht so interessieren. Uns interessiert das System, also der regelmäßige Teil. Das war jetzt also erstmal das Inventar der Konsonantenzeichen. Jetzt wissen Sie auch, wir haben Doppelkonsonanten, also es können Konsonanten hintereinander vorkommen. Regulär kennen Sie als, naja, Doppelkonsonanten C, K, T, T, P, P, R, R und so weiter. Das sind typischerweise einfach Doppelschreibungen im Fall des C, K. Naja, da müsste man eigentlich, wenn das dem System folgen würde, 2K schreiben. Da schreiben wir C, K, das ist auch wieder eine Grille, die wir eigentlich ignorieren können. Besondere Doppelkonsonanz, warum besonders, da kommen wir noch zu, wäre Doppel-G, Doppel-D, Doppel-B. Das ist aber etwas ähnliches wie die hier oben. Und dann die Frage, was ist mit T, Z, warum erwähne ich das hier überhaupt? Das ist doch gar nicht einfach in irgendeiner Form eine Doppelschreibung. Nun ja, da kommen wir auch noch zu. Bevor wir heute und in den nächsten Wochen dann diese Sonderfälle auch noch aufbereiten, müssen wir aber jetzt erstmal überlegen, wie und was kodieren denn diese graphematischen Zeichen, diese Graphen, was kodieren die eigentlich? Und damit kommen wir zum phonografischen Schreibprinzip. Man könnte nun versuchen zu sagen, jedes Segment wird durch einen Graphen, gegebenenfalls einen D- oder Trigraphen, verschriftet. Da müsste man sich jetzt überlegen, was heißt denn hier Segment? Wenn wir uns jetzt diese Reihe von Beispielen anschauen, dann sehen wir aber auch tatsächlich, dass in zum Beispiel Kind das K durch ein K verschriftet wird, das G in Genau durch ein G, das gleiche mit Tante und Danke, dem T und dem D und dem T und dem D. In Paar und Bar haben wir ein P und ein B, was durch ein P und ein B respektive verschriftet wird und so weiter. Die Afrikate C, dafür haben wir das Z tatsächlich und so weiter und so weiter. Das sieht erstmal aus, als wäre ganz naiv jedem Segment ein Buchstabe zugeordnet, ein Graph. Wie Sie aber wissen, haben Segmente ein Doppelleben, nämlich einerseits in der Phonetik, andererseits in der Phonologie. Und damit kommen wir jetzt zu Problem 1 von einer naiven Gleichsetzung von Segment und Graph, nämlich zum Beispiel Entranddesonorisierung. Und da sehen wir, dass wir die nicht schreiben. Das ist in der Phonetik und in der Phonologie immer das Problem, dass man erst das Bewusstsein schaffen muss, dass die Entranddesonorisierung überhaupt existiert. Denn wir schreiben statt des K in Bug, schreiben wir ein G, weil es die Form Buges gibt und so weiter. Das gleiche in Bart schreiben wir mit D, obwohl es ein stimmloser Plosiv ist und so weiter und so weiter. Ein bisschen eine Besonderheit haben wir in Elf und Elfer. Wenn sie Elfer überhaupt sagen, da ist das ein bisschen andersrum. Das spielt aber nicht so eine Rolle, zumal das sehr selten ist. Was wir auf jeden Fall hier sehen, ist, dass ein Graph zwei verschiedenen Artikulationen entspricht. Das G entspricht hier einem K und hier einem G, also einem stimmlosen und einem stimmhaften Konsonanten. Das hängt von der Position in der Silbe ab und ich glaube, Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Problem 2 für eine naive Auffassung von Segmenten und Graphen wäre zum Beispiel das CH. Das CH in Schlich kodiert ein CH und in Bach kodiert ein CH. Und ich sage jetzt kodiert, das sollte ich eigentlich nicht sagen. Das sehen Sie dann nachher, wenn ich erkläre, wie das Ganze zusammenhängt. Hier entspricht auch ein Graph zwei Artikulationen, nämlich die Artikulation weiter vorne oder weiter hinten. Und wie Sie schon wissen, hängt diese Artikulation eigentlich davon ab, was für ein Vokal davor steht. Problem 3, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, das wäre die G-Spirantisierung. Wir sprechen wenig und schreiben ein G. Und wir schreiben ein G genauso, wenn wir sagen weniger. Auch hier entspricht ein Graph zwei verschiedenen Artikulationen, nämlich einem Plosiv und einem Frikativ, je nach Umgebung. Und dieses wenig ist Standard. Es heißt nicht im Standard wenig. Und das passiert nur nach dem ungespannten kurzen I. Das vierte Problem für den naiven Ansatz wäre die R-Vokalisierung. Denn auch hier haben wir das gleiche wie bei den anderen drei Problemen. Tier, Tiere. Dieses R hier ist nur in dem Wort Tiere tatsächlich phonetisch ein R. Hier haben wir eine Vokalisierung dieses R. Das gleiche in Chor, Chöre, Knar, Knarren und so weiter. Also dasselbe. Ein Graph entspricht hier zwei Artikulationen. R oder I bzw. A im Silbenan bzw. Auslaut. Und auch da wissen Sie, dass das eigentlich ein phonologischer Prozess ist, eine Angleichung an Strukturbedingungen. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass die Schrift Phonologie kodiert und nicht etwa Phonetik. Alle die gezeigten Ausnahmen einer 1 zu 1 Entsprechung von Segmenten, wie sie ausgesprochen werden und Graphen zeigen phonologische Prozesse, die wir überwiegend letzte Woche besprochen haben. Also Anpassungen an phonologische Strukturbedingungen des Deutschen. Das phonografische Prinzip für Konsonanten sagt nun, dass die Konsonantengrafen einem zugrunde liegenden Segment entsprechen, nicht einem phonetischen. Es entspricht ein Buchstabe nicht einer Aussprache, sondern einem phonologischen Segment, einem zugrunde liegenden lexikalischen Segment. Und da herrscht weitgehend totale Ordnung. Die Konsonantenzeichen, Sie sehen hier das jeweilige Segment, das ist eine IPA-Umschrift, dazu den jeweiligen Buchstaben, das sind gegebenenfalls Di- und Trigrafen und hier Beispielwörter. Also das Segment, das zugrunde liegende Segment, wird mit einem P geschrieben, wie in Plan und so weiter. Die einzige wesentliche Ausnahme, das ist hier das Zeichen, nein, das S, das sowohl für S als auch für S steht. Sie wissen aber auch hier schon irgendwie, dass das natürlich auch von der Position in der Silbe irgendwie abhängt. Also Los und Sau sind möglich, Los und Sau nicht. Damit hat das irgendwie zu tun, dass wir nur dieses eine S haben und dazu haben wir noch viele Folien in einer anderen Sitzung in ein paar Wochen. Schauen wir uns jetzt nochmal im Detail eine Aufschlüsselung sozusagen dieser einfachen Liste von Beispielen an und überlegen uns, was es heißt, dass die Konsonantenzeichen invariant sind bezüglich der zugrunde liegenden Formen. Wir schreiben so, wie unsere zugrunde liegenden Formen aussehen und nicht, wie wir sprechen. Das haben wir eben an verschiedenen Phänomenen bebeispielt. Hier also die Tabelle mit dem jeweiligen zugrunde liegenden Segment, zum Beispiel B, D, N, S, J, G und R. Und dazu der Buchstabe. Sie sehen, es gibt jeweils nur einen Buchstaben. Hier ist es ein Digraf. Dann haben wir hier phonetische Realisierungen und da sehen wir Baum, Lob. Das ist nicht dasselbe zugrunde liegend. Wissen Sie aber, auch hier ist eben ein B. Wir schreiben B, B. Würden wir das wirklich so schreiben, wie wir sprechen, müssten wir Lob mit P schreiben. Wir müssten, um jetzt nicht hier jede Zeile einzeln durchzugehen, Rind mit T schreiben. Für Klang müssten wir uns einen neuen Buchstaben ausdenken, denn auch die Schreibung NG ist eigentlich phonologisch. Bei Wacht müssten wir uns einen Buchstaben oder einen Digrafen ausdenken, der von CH verschieden ist. König müssten wir hingegen mit CH schreiben, denn wir sprechen CH. Und bei Tor, da müssten wir uns eigentlich eine komplett neue Regelung überlegen, wie wir diese Diphtonge schreiben möchten, die sich aus den R-Vokalisierungen ergeben. Wie schon erwähnt, gibt es einige irreguläre Abweichungen davon, wie zum Beispiel die Folge aus K und W, phonologisch wohlgemerkt, die als QU geschrieben wird. Das aber immer und eben auch im Kern. Und das Problem mit den S-Schreibungen habe ich eben angedeutet. Und ich habe auch schon angedeutet, dass wir das noch lösen in einer anderen Vorlesung. Und das war schon alles, was Sie über die Konsonantenschreibungen im Deutschen unbedingt wissen müssen. In der nächsten Woche geht es dann um das phonografische Schreibprinzip bei den Vokalen. Bevor wir dann nochmal zur Phonologie auch zurückkommen und über Silben sprechen in Zusammenhang mit der Dehnungsschreibung. Bis nächste Woche aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank und bis dahin.